Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie willst du uns ernähren? Ich wüsste keinen Beruf, in dem ich lieber arbeiten würde. Du bist so intelligent, du könntest machen, was du willst. Ich verstehe nicht, warum du gerade das machst. Ich bin ein Kopfscher. Du hast ein Kind, du willst dieses Kind ernähren. Das solltest du mit deinem Talent tun. Und dein Talent ist... ...ne Gabe. Okay, alle, die leben wollen, Hände hoch! Na, los! 1-0-5, wir verfolgen den Talverdächtigen. 1-0-4, habt das Mundrat im Blick. Sag ihm, das ist von mir. Ich bleib sein Vater. Ich kann ihm was schenken. Ich bin Officer DeLuca, wir durchsuchen Ihr Haus. Warum? Wir suchen das Geld, das Luke Lenden Ihnen möglicherweise gegeben hat. 14 Riesen. Der Löwenanteil geht an unseren Helden. Das ist Ihr Problem. Das ist unser Problem und ich mach Sie darauf aufmerksam, weil ich das tun muss. Ich will zwei in einem Tag machen. Du, aufstehen! Ich lass nicht zu, dass du uns beide fertig machst. Es gibt einen Ausweg, aber der wird dir nicht gefallen. Weißt du was, Luke? Wenn du fährst wie ein Blitz, wird es dich erwischen wie ein Donnerschlag.